Und die Lebenshaltungskosten steigen wieder. Ab 01.01.2024 steigt ja wieder der Strom- und Gaspreis, denn nach aktuellen Informationen soll die sogenannte Preisbremse zum Ende des Jahres auslaufen. Auch das war ja Teil des KTF bzw. WSF, wo wir gleich noch genauer drauf eingehen. Wo man jetzt sich die Frage stellt, werden Gas- und Stromverbraucher jetzt zum Jahresende ab 01.01.2024 wieder mehr belastet? Ja oder nein? Politisch ist das gerade ein richtiges Hin und Her und dementsprechend bleibt dran und herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuermekopf auf YouTube. Ja in dem Zusammenhang ist es natürlich so, dass die Preisbremsen für Strom und Gas nach aktuellen Planungen ja auslaufen sollen zum Jahresende. Hauptgrund warum das Ganze ja damals eingeführt worden ist, das war ja der russische Angriffskrieg hier auf die Ukraine, wo man ja plötzlich hier Strom- und Gaspreissteigerungen hatte, die ja sag ich mal exorbitant waren. Das Vergleichsportal Verifox hat jetzt mal so eine aktuelle Preisaufstellung zusammengestellt und hat gesagt, okay die Preise normalisieren sich wieder und dementsprechend ist jetzt eigentlich theoretisch ein Ausstieg aus der Preisbremse theoretisch möglich. Die SPD will aber an der Stelle aktuell die Preisbremsen, Energiepreisbremsen für Strom und Gas beibehalten, liegt eigentlich daran, weil man sagt, dass die Belastung immer noch so hoch ist. Auch die Kritik hier an der FDP, die nach aktuellen Meldungen die einzigen sind, die es beibehalten wollen, kommt von der Union und den Grünen. Hintergrund ist eigentlich hauptsächlich, wie gesagt, auch hier das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichtes von vor eineinhalb Wochen, wo ja der 60 Milliarden beziehungsweise mittlerweile 260 Milliarden Haushalt ganz einmal kurzerhand ad acte gelegt worden ist und gesagt, hey Leute, so könnt ihr das nicht machen. Und jetzt ist natürlich auch hier in diesem KTF, also dem Klimatransformationsfonds und dem WSF, dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sind ja auch diese Klimapreisbremsen mit eingebaut gewesen. Es ist in dem Zusammenhang auch so, dass die Grünen sich aktuell hinstellen und sagen, naja, und im aktuellen Sparzwang ist es natürlich nicht so, dass man sagt, man sollte das jetzt beibehalten, sondern man sollte hier eine Verlängerung durchführen. Es ist wiederum spannend an der Stelle auch natürlich, weil plötzlich auch Union beziehungsweise Grüne und SPD jetzt einer Meinung sind gegen die FDP. Wie gesagt, und wir wissen ja, für ein Aushebeln der Schuldenbremse benötigt es ja an der Stelle eine Zweidrittelmehrheit und die hätte man ja aktuell nicht mit der natürlich SPD, Grünen und der FDP. Das heißt, man braucht eigentlich mindestens einen vierten Verbündeten oder im Grunde würde, glaube ich, ausreichen, wenn in dem Zusammenhang die SPD nicht mitstimmen würde, sondern die Union an deren Stelle mit dazu kommen würde. Könnte man die Schuldenbremse aushebeln und sagen, ja, die Preisbremsen, die Energiepreisbremsen für 2024 und natürlich für 2023, denn die müsste ja auch finanziert werden, ist so, dass man hier ganz klar sagt, im Großen und Ganzen, das macht man zusammen. Auch, wie gesagt, die Union und die Gewerkschaften sind natürlich hier ganz klar auf dieser Seite. Die Preisbremsen gelten ja, wie gesagt, seit Anfang des Jahres und sind, wie gesagt, auch statistisch sehr leicht nachweisbar, warum es natürlich hier an der Stelle notwendig ist. Aktuell gibt es ja auch Aussagen hier von unterschiedlichen Politikern. Kevin Kühnert hat sich ja hierzu auch geäußert und sagt ganz klar, ja, das ist zwar die Meinung einer Partei und zwar im Blick auf die FDP, aber ganz klar ist es eigentlich, das ist nicht die Meinung der Regierung. Und die Regierung besteht ja aktuell aus dem Grunde Olaf Scholz, Robert Habeck und hier die dritte Person, Christian Lindner. Jetzt ist natürlich die Frage, was die Parteichefs hier und die Fraktionschefs hier am Ende aushandeln und was am Ende dann hier für ein Handel zusammenkommt. Was richtig krass ist, ist der Grundversorgungstarif soll hier im nächsten Jahr um auf 82 Euro für Gas steigen und dementsprechend ist es aktuell sinnvoll, hier ist vielleicht nochmal die, sag ich mal, ja, Preise zu checken und schauen, ob man einen Vertragswechsel durchführen kann. Jetzt aber an der Stelle immer noch wie immer auch wichtige Statistiken und zwar hier zum Beispiel die Entwicklung des Gaspreises, der Gaspreise für Haushaltskunden in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2022 und hier sieht man relativ klar zum 1. April, wie dieser enorme Anstieg war, also hier zu 2021, zu 2022. Vor allem die Grundversorgung ist enorm angestiegen und vor allem die Verträge und Tarifwechsel sind ja immer relativ günstig und vor allem, wie gesagt, auch die Tarife bei den Lieferantenwechsel sind auch relativ günstig geblieben. Nur in dem Zusammenhang, wie gesagt, hier im Jahr 2022 ging das enorm nach oben, weil plötzlich alle hier neu verhandeln mussten und ja neue Regelungen gegolten haben. Spannend ist an der Stelle, was sind eigentlich so die jährlichen Kosten eines Haushaltskunden in Deutschland? Hier haben wir mal so zum Vergleich, das war hier statistisch eines normalen Haushaltskunden mit 23.269 Kilowattstunden in Deutschland. Das wären im Großen und Ganzen aktuell hier bei einer Grundversorgung 2.113 Euro, bei einem Vertragswechsel 2.999 Euro und bei einem Lieferantenwechsel 2.548 Euro. Und wir kommen hier von 2018, 1. April 2018, hier von 1.545 Euro in der Grundversorgung, dann Vertragswechsel 1.144 Euro und 1.129 Euro bei Lieferantenwechsel. Das heißt, man sieht hier schon eine weite Steigerung von knapp über 50% je nach, sag ich mal, Position. Und das ist ja nicht gerade wenig. Spannend ist aber, bevor ich jetzt die nächsten Statistiken zeige, ist ja auch immer der Punkt mit dem Preisbremsen. Also, bevor man sich jetzt auch das Thema mal genauer anschaut, muss man nur verstehen, dass hinter jeder Abgabe, hinter jeder Steuer, hinter jeder Umlage oder sonst irgendwas, sitzt eine Person bzw. sitzt eine Abteilung eines Amtes, eines Ministeriums, eines sonst irgendwas, die Geld bekommen für ihre Leistung. Also, die im Grunde die Gesetze, die Regularien, alle einhalten, plus Bürokratieaufwand in Unternehmen, die sich darum kümmern müssen, dass das eingehalten wird. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt schauen wir uns jetzt mal die nächste Statistik an. Und zwar, das ist relativ spannend, hier mit Blick auf die Zusammensetzung des Gaspreises für Haushaltskundenswesen 2022. Wie gesagt, Hauptpunkt ist hier Energiebeschaffung, Vertrieb, sonst die Kosten und Marge. Und das sind 45,9%. Und der Rest, bis auf hier im großen Ganzen Messungen und Netzentgelte, sind Steuern und Abgaben. Steuern, Gas- und Umsatzsteuer 21,6%. Dann, CO2-Abgabe, 5,5%. Und Konzessionsabgabe, 0,7%. Beziehungsweise natürlich auch hier in den Netzentgelten, da ist ja auch wieder Umsatzsteuer, beziehungsweise sind ja auch Abgaben mit drin. Man sieht also, und zwar ganz wichtig ist, diese Position müsste man eigentlich nochmal aufgliedern. Denn die Frage ist vor allem auch hier, wie viele Verwaltungskosten sind eigentlich in diesen sonstigen Kosten mit drin, die im großen Ganzen aufgrund von Bürokratie entstanden sind. Und hier ist es immer so, dass man ja relativ einfach dann sagt, naja, wir brauchen ja diese Abgaben, weil mit Gewinnsteuern, Umsatzsteuer und natürlich Gassteuer, sonstige Netzentgelte und alles mögliche, wo ja auch jedes Mal der Fiskus mit dran verdient, es ist ja so, das reicht nicht. Dementsprechend geht das Ganze doch weiter durch die Decke und vor allem ab dem nächsten Jahr, und das ist auch ganz wichtig, fällt ja hier auch nochmal die CO2-Abgabe höher ins Gewicht. Denn die steigt ja auch zum 01.01. und dann natürlich noch, wie gesagt, die weiteren Kostensteigerungen, hier inflationär nächstes Jahr. Das war jetzt mal das Thema Gas. Wenn man aber jetzt sagt, okay, wie schaut es eigentlich mit dem Strom aus, Roland? An der Stelle auch mal hier ein kurzer Überblick über die Strompreisentwicklung. Durchschnittliche Stromrechnung für eines Drei-Personen-Haussetzes in Deutschland von 98 bis 2023. Und man sieht, es ging hier, es gab sogar mal Zeiten, da ist der Strompreis massiv gefallen und dann ging es eigentlich nur noch nach oben, bis auf hier nochmal einen kleinen Break in 15. Und mittlerweile pro Monat sind wir im Großen und Ganzen hier bei 134,94 Euro. Und auch hier merken wir uns, aus was besteht denn in dem Zusammenhang der Strompreis? Und hier wird es jetzt richtig spannend. Mal vergleich, 21,22. Auch hier wieder oben diese Position Energiebeschaffung, Vertrieb, Kosten, Marge. Schauen wir uns mal plus 22 an. Dann, Netzentgelte, okay, Umsatzsteuer, 16% Umsatzsteuer, EEG-Umlage, 10,3%, Stromsteuer, 5,7%, Konstitusabgabe, 4,5% und was haben wir hier noch? Offshore-Umlage, Offshore-Netz, 1,2%. Dann § 19-Umlage, dann im Grunde hier noch was, KWKG-Umlage und natürlich Umlage für abschaltbare Lasten. Das ist natürlich hier unter 0%, was wahrscheinlich hier so weit unten ist. Man sieht auch hier wieder, der größte Verdiener mit dran ist der Gesetzgeber. Mit Umsatzsteuer 16%, dann haben wir hier 36%, dann haben wir hier Stromsteuer, sagen wir 40%, plus nochmal die Umlagen, die hier mit reinfallen. Da sind wir hier bei fast, ja, ich würde sagen knapp 50%. Plus zudem verdient ja der Gesetzgeber auch noch an den Gewinnen der entsprechenden Gesellschaften. Das ist jetzt hier im Grunde auch wieder der Punkt, das sind auch Positionen, die hier in den sonstigen Abgaben mit drin sind oder sonstige Kosten. Weil man hier natürlich ganz klar sagen muss, Unternehmen kalkulieren ja Steuern mit ein. Sprich, die Ertragssteuern sind bei einem Unternehmen, das richtig kalkuliert, sind die mit drin. Also jeder Unternehmer sagt, okay, ich möchte im Großen und Ganzen, was weiß ich, den gewinnen und dann geteilt durch 0,7, rechne ich auf 100% drauf, weil ich zum Beispiel als GmbH, als AG oder UG, also was ja die meisten Stromversorger sind, Kapitalgesellschaft, rechne ich auf meinen Preis auf 100% drauf, damit mir dann die Steuer weggezogen wird und dann habe ich meine fixe Marge. Und genau das ist hier nämlich der springende Punkt. Der Gesetzgeber verdient nämlich nicht nur an diesen ganzen Umlagen, das ist ja ein Thema. Aber der Gesetzgeber verdient natürlich auch hier in dem Zusammenhang an vielen, natürlich, sage ich mal, Gewinnen, an der Lohnsteuer von den Angestellten, an der Sozialversicherung von den Angestellten. All das sind Themen, wo der Gesetzgeber mit drin hängt. Deswegen kann man eigentlich ganz klar sagen, wenn der Gesetzgeber wirklich hier langfristig den Endverbraucher und sprich auch denjenigen, das geht los bei Personen, die, sage ich mal, Bürgergeld beziehen, auch die müssen hier diese Nebenkosten tragen. Würde man hier zum Beispiel allein nur so Themen wie EEG-Umlage, Stromsteuer, was haben wir noch, also Umsatzsteuer, natürlich auch so ein Thema, Umsatzsteuer, Stromsteuer und wie gesagt andere Abgaben, die sich ja da noch drin verstecken, würde man weglassen, dann würde man schnell mal 25, 30% die Kosten nach unten drücken. Und wir haben ja gesehen, bei einem durchschnittlichen dreiköpfigen Haushalt waren es ja 134,94. Das heißt im Großen und Ganzen ein Drittel, wenn dort wegfallen würde, das wäre doch schon mal nicht schlecht. Was ist deine Meinung zu der aktuellen Energie- und Steuerpolitik in dem Zusammenhang? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Mein Name ist Roland und ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Bis zum nächsten Mal. und